Ablauf der Abi-Prüfung, berufliches Gymnasium in Baden-Württemberg. Wir sind im erhöhten Anforderungsniveau. Ich möchte euch mit dem Video einfach dieses Schaubild noch ein bisschen hier erläutern. Also schauen wir uns mal durch. Ihr habt 300 Minuten Zeit, grundsätzlich mal insgesamt 5 Stunden, für 120 Bewertungseinheiten, also Punkte sozusagen. Das heißt mal grundsätzlich so als Faustformel 2,5 Minuten pro Bewertungseinheit. Okay, ihr kommt rein in den Raum, in dem ihr euer Abi schreibt. Habt zwei Mappen vermutlich vor euch. Eine Mappe, in der die Aufgaben sind ohne Hilfsmittel, also ohne Taschenrechner, ohne Merkhilfe. Und die andere Mappe, in der die Aufgaben sind, die ihr dann mit Taschenrechner und Merkhilfe bearbeiten dürft. Zu Beginn habt ihr natürlich keinen Taschenrechner, keine Merkhilfe. Okay, dann schaut ihr euch den ersten Teil an, den Teil A. Da habt ihr den Pflichtteil. Das sind einfach 4 Aufgaben, eine zur Analyse, noch eine zur Analyse, Stochastik und lineare Algebra. Es gibt jeweils 5 Punkte, die müsst ihr alle bearbeiten. Also da gibt es noch keine Wahlfreiheit. Einfach 5 Punkte, jeweils 4 mal 5 gibt 20 Punkte. Alle Aufgaben bearbeiten, fertig. Okay, so, jetzt wird es etwas kompliziert. Jetzt kommt der Schülerwahlteil. Der besteht aus insgesamt 5 Aufgaben. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ihr habt Sachgebiet 1, habt ihr 2 Aufgaben. Analysis, also da eine Analysisaufgabe, da eine Analysisaufgabe. Ihr habt zum Sachgebiet 2 zum Beispiel Stochastik. Hier eine Aufgabe, da eine Aufgabe. 3 und 4. Und ihr habt eine Problemlöseaufgabe. In dem Fall wäre das dann zur Vektorgeometrie, also zu dem dritten Sachgebiet. Ja, könnte es auch sein, dass hier Stochastik, hier Vektoren und hier Analysis, ja. Also alles muss halt abgedeckt sein. Die Sache ist jetzt die, ihr dürft euch von den 4 Aufgaben hier entweder 2 auswählen. Ganz beliebig. Ihr müsst halt, also ihr gebt auch wieder 5 Punkte, ihr müsst entweder hier auf 10 Punkte kommen oder ihr nehmt die Problemlöseaufgabe, die gibt auch 10 Punkte. Okay, also nochmal, ihr könnt euch einfach entscheiden, nee, Problemlösen mag ich nicht, das ist mir zu offen. Ich nehme jetzt einfach, hier suche ich mir 2 Aufgaben aus. Ihr könnt auch einfach die 2 Aufgaben zum gleichen nehmen, zum Beispiel zur Analysis. Die bearbeitet ihr beide ohne Hilfsmittel natürlich, gebt ab und geht dann in den nächsten Teil. Oder aber euch spricht die Problemlöseaufgabe an, wenn ihr denkt, hey, da weiß ich was dazu, da kann ich was schreiben. Dann, die dürft ihr mit Hilfsmittel bearbeiten, dann schnappt ihr euch die Aufgabe, gebt vorher schnell euren Teil ohne Hilfsmittel ab, holt euch den Taschenrechner, holt euch die Merkhilfe und bearbeitet die Problemlöseaufgabe. Okay, also ihr müsst halt auf 10 Punkte kommen, entweder hier 2 Aufgaben zusammenstellen oder diese Aufgabe nehmen, aber dann mit Hilfsmitteln. Okay, schon kompliziert. Okay, so, aber dann ist es nicht mehr kompliziert. Dann kommen die großen Aufgaben, die Aufgaben mit Hilfsmitteln. Da gibt es eine Analysis-Aufgabe für euch, eine Stochastik-Aufgabe, eine lineare Algebra-Aufgabe. Ihr bekommt jeweils nur eine Aufgabe. Euer Lehrer hat am Morgen, bevor ihr schreibt, beide Aufgaben schon jeweils gesehen. Also es gab zwei zur Analysis, zwei Stochastik und er hat für euch die bessere ausgesucht. Ja, genau. Also aber für euch ist an der Stelle einfach nur Mathe angesagt, drei Aufgaben machen und fertig. Und ihr müsst nicht mehr auswählen. Okay, also nochmal kurz im Überflug, weil ich denke, da braucht man Sicherheit, wenn man aufgeregt ist. Reinkommen, erstmal die Mappe schnappen ohne Hilfsmittel. Vier, fünf Punkte Aufgabe machen, den Pflichtteil. Ja, das steht auch drüber, Pflichtteil. Das sind immer eine zur Analysis, noch eine zur Analysis, eine Stochastik, eine lineare Algebra. So, die müsst ihr alle machen. Und dann in dem Schülerwahlteil würde ich mir überlegen, ich muss auf zehn Punkte kommen. Entweder zwei von denen hier, ganz frei, oder die PLA-Aufgabe. Und die dann Mithilfsmittel erledigen. Und dann im Teil Mithilfsmittel einfach die drei Aufgaben machen. Okay, also denkt dran, ihr habt 300 Minuten. Es bringt nichts, wenn ihr, das ist fast ein Marathon, wenn ihr mit Vollgas losrennt und ganz arg aufgeregt seid. Und verdenkt jetzt, ihr müsst in der ersten Stunde schon ganz viele Punkte holen, dann würde euch am Ende die Puste ausgehen. Da würde ich euch mal empfehlen, locker reingehen. Ihr habt 300 Minuten und am besten für die ganze Strecke läuft man, wenn man ein zügiges Tempo läuft, aber nicht die ganze Zeit auf die Uhr guckt und sich Stress macht. Okay, ich wünsche euch viel Erfolg.